Heute haben die Striking Distance Studios den Lounge-Trailer zu The Callisto Protocol rausgehauen. Und das bedeutet, dass wir uns auf der Zielgerade zum Release befinden. Der Trailer zeigt uns einige bekannte Szenen, aber auch jede Menge neue Szenen. Vor allem zeigt der Trailer aber eins, nämlich eine Sache, die die Entwickler im Vorfeld schon kommuniziert haben. Dass eben The Callisto Protocol nicht einfach nur eine Schlachtplatte wird, sondern auch sehr auf die Story fokussiert ist. Alleine der Trailer zeigt schon, was das Spiel für eine drückende Atmosphäre transportieren kann. Wir sehen, dass es jede Menge Nebencharaktere geben wird. Wir sehen einige Fetzen aus der Story, die einem schon implizieren, dass es sich hier eben doch um ein Spiel handelt, das uns eine vernünftige Geschichte erzählen will. Außerdem sehen wir noch eine kurze Stealth-Passage, die auch nochmal klar macht, dass eben nicht nur Geballere und Geprügle zum Ziel führen, sondern dass man eben hier und da den Biophagen auch mal ein bisschen stealthy ausweichen muss. Und wo wir schon bei den Biophagen sind, auch von denen sehen wir wieder jede Menge im Trailer, auch welche, die wir vorher so noch nicht gesehen haben. Da ist auch ein ziemlich großes Viech zu sehen, das vielleicht nochmal so einen leichten Hinweis darauf geben kann, was für Bossgegner uns eventuell erwarten. Also insgesamt ein rundum gelungener Trailer, der die Vorfreude auf das Spiel nochmal steigert. Ich haue euch den kompletten Trailer gleich ans Ende des Videos, dann könnt ihr das Ganze nochmal unkommentiert schauen. Aber erzählt mir doch gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Trailer haltet. Hat es die Vorfreude bei euch auch nochmal extrem gesteigert, dann schreibt mir das gerne unten rein. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu The Callisto Protocol versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal reingehauen. Im nächsten Mal reingehauen. Trying to contain it. Everyone. You do what you gotta do in here. This place, there's a way of changing you. What the hell? Some bad stuff happened here. No! Go, 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 go! I know who you are. I know what you did. This whole prison's infected. You can't keep running from what you've done. Now let's go finish this. You first have to be able to get a message on the story. Let's go. Here's the test. Then let's go. I need this. This is gonna be a problem. I'm not sure you're gonna go ahead and do it. But you've got a problem?